Wie ist die Schließanlage für die Schließanlage? Wir haben hier im Kloster 220 Türen und leider hat ein Gast einen Schlüssel verloren. Und jetzt das große Drama, Ersatzschloss, zweite Schließanlage, die Überlegung dann, wie geht man vor, geht man auf das Althergebrachte oder geht man auf eine moderne Schließanlage? Und so kamen wir in die Gedanken rein, das Kloster wandelt sich, das ist ein Transformationsprozess, wir wollen für die wandelnden Funktionen auch gewappnet sein und dann stand relativ schnell fest, wir möchten eine digitale Schließanlage. Dann gab es einen ersten Termin mit dem Kunden, in dem schon erklärt wurde, dass es verschiedene Systeme bereits schon gab, die dem Kunden bekannt sind und die er sich auch schon näher anschaut hat. Aber es wurde sehr, sehr schnell klar, dass die absolute Anforderung ist, Optik. Das System muss sich ganz neutral in bestehende Türsituationen einfügen. Es darf an der Optik der historischen Türen etc. nichts geändert werden. Und insofern war für uns klar, es ist nur mit Blue Smart nachhaltig und transparent machbar. Eine besondere Herausforderung war auch nochmal der Schließmechanismus an den beiden Kloster-Eingangstüren, weil die zu Gottesdienstzeiten immer offen sein sollten. Dazu gibt es dann einen Aufbuchleser, an dem man dann vorher die Offenhaltungszeiten einstellen kann, sodass die Türe für die Gottesdienstbesucher offen ist und nach Ablauf der eingestellten Zeit verriegelt sich die Tür und die Sicherheit ist im Kloster wiedergegeben. Ein besonderer Augenmerk lag natürlich auf dem angegliederten Hospiz, in dem sich natürlich auch ein Medikamentenbevorratungsraum befindet. Und da ist es natürlich auch aus Sicht des Kunden und aus Wunsch des Kunden sehr, sehr wichtig, eben zu wissen, wann war die entsprechende Türe geöffnet, wann sind Zugriffe natürlich entsprechend dann entstanden und das Ganze natürlich dann passend dokumentiert wird. Spannend war natürlich für uns auch die Tatsache, dass es im Kloster natürlich auch einen kaufmännischen Administrationsaufwand natürlich gibt. Das heißt, es gibt natürlich mehrere angestellte Mitarbeiter, die im Namen des Klosters aktiv sind. Und da war bereits beim Kunden schon eine Arbeitszeiterfassungslösung vorhanden. Da war natürlich auch die Herausforderung da, dass wir ein bestehendes System mit Fremdlesesystem in die BlueSmart-Schlüssel integrieren, was insofern komplett unkritisch dann auch möglich war. Der Umstellungsprozess von der Planung bis zur Auswahl, bis dann zur Entscheidung und Implementierung dauert seine Zeit, aber ich bedauere nichts. Ich würde es wieder so machen, um Klarheit zu gewinnen, welches Projekt oder welches Produkt ist das Beste und BlueSmart ist das Beste vom Kloster. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es ist für alle Altersgruppen, auch für die betagten Schwestern, ein System, was nutzbar ist und hat alle unsere Erwartungen erfüllt. Bei der Erklärung habe ich gedacht, das könnte eine große Erleichterung werden. Und es ist auch so, dass ich jetzt mit einem Schlüssel durch alle Türen komme. Untertitelung des ZDF, 2020